Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Division 2 mit dem Cassie Mendoza Handle Reset. Ihr wollt mehr sehen oder mal zuhören, lasst sich abpassen, dann abonniert meinen Kanal. Die gute Cassie hat heute den Boomstick für uns mit 9,5 Schrotflintenschaden, 11 Rüstungsschaden, 9% Schaden durch Crittreffer und perfekt durchgeladen. Nachladung gewährt für 10 Sekunden 5% Waffenschaden, kann bis zu 5 mal gestapelt werden. Hier oben den Schrotflintenschaden auf Maxit und dann fehlt hier jeweils nur 1% und dann ist das Ding eigentlich cool, wer es will. Gilagard wäschte der Speer, die benannte mit 148.399 Rüstung, 10,6 Plattikanten Tempo, 8,9 Gefahrenschutz und perfekter Vorposten. Der Einsatz eines Schildes macht es 5 Sekunden lang unverwundbar und gewährt allen ihrer Verbündeten 20 Sekunden lang 50% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Cooler und von 25 Sekunden. Könnt ihr hier den Fertigkeiten-Tempo raushauen oder den Gefahrenschutz, je nach wie man es spielen möchte. Eclipse-Protokoll, ein Rucksack mit einem Fertigkeiten-Rang, 10,4 Fertigkeiten-Tempo. Eclipse-Protokoll Weste mit einem Fertigkeiten-Rang, 8,8 Status-Effekt. Gießerei-Ballwerk Handschuhe mit 133.138 Rüstung und 17.294 Lebensenergie. Hardwired Knieschoner, ein Fertigkeiten-Rang, 8,5 Facts. Status-Effekt, Zorn des Jägers, eine Holster mit 11,7 Waffenschaden, 10,5 Schaden durch Crit-Treffer. Eclipse-Protokoll-Maske, ein Fertigkeiten-Rang, 10,5 Fertigkeiten-Tempo. Stoner LMG mit 10,8 LMG-Schaden, 9 Schaden durch Umgedeckte und 7,5 Lebensenergie-Schaden. Überwältigend, ein unter Sperrfeuer genommen, ein Feind, der noch nicht unter Sperrfeuer stand. Gewährt wird 12 Sekunden lang, plus 10% Waffenschaden. Maximal Stapelgröße ist 4. M1A Classic mit 13,6 Gewehrschaden, 10 Schaden durch Crit-Treffer, 5 Rüstungsschaden und die Magazinkapazität wird um 20% erhöht. Bei Schüssen aus Deckung, auszielen, verfehlen, besteht ein Schatz von 100%, dass die Patrone ins Magazin zurückkehrt. Fenris Group AB, eine Weste mit 7,4 Waffenschaden, 8 Waffen-Handling, 11,3 Schaden durch Crit-Treffer. Und dem Talent geschütztes Nachladen gewährt, während des Nachladens plus 20% Bonusrüstung. Gewährt Verbündeten, während sie nachladen, 0-18% ihre Rüstung als Bonusrüstung auf Basis ihres Verteidigungs-Kernattributs. Ich meine, das hatten wir schon mal bei normalen Händler, bloß mit einem anderen Talent. Ja, ich meine, so war's. Eroldi Holdings, Holster mit 10,4 Waffenschaden, also 10,6 Schaden durch Crit und 7% Waffen-Handling. Vererteidigungs-Protokoll, Widerstandsfähigkeit, 8,6 Widerstand gegen Schock und Multitool, 6,3 Fertigkeiten Tempo. Aber heute gewinnt der Boomstick und auch hier unten der Gila Guard. Je nachdem, wie man es möchte, Russian oder hier das Tolle. Und somit sage ich wieder Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.